Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alweb Bestwin. Wir sind hier noch bei der Wind Aether Questlinie. Was gibt's denn da? Oh, was schön ist für uns. Hansaku hat recht als Mitglied der Konföderation ist Kugane für uns tabu. Glücklicherweise hat Kikimo aber auch daran gedacht und angeboten, dass wir uns auf Sakazuki treffen. Du wirst die Fracht mit Suzume nach Sakazuki bringen und von dort zum verabredeten Übergabepunkt transportieren, Hansaku. Alles klar, Chef. Dich würde ich gerne bitten, mich zu Kikimo zu begleiten. Dann könntest du uns miteinander bekannt machen. Geht's hin? Geht's hin? Wo ist Sakazuki? Äh, okay, Moment. Ach, du schick, da muss ich ja einmal durch die ganze Rubinensee. Ne, ich denke, da gehen wir nach Kugane und... Im Rest der Rubinensee werden wir schon noch kennenlernen. Im Rest der Rubinensee werden wir mit den Kugane und den Kugane. Es ist stets eine Freude, dich zu sehen, Erlweb. Der Herr neben dir ist dann wohl unser neuer Geschäftsfreund. In der Tat, es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Tsukikage, Schatzmeister der Konfrontation. Bevor wir die eigentliche Lieferung abwickeln, würde ich euch gerne noch etwas überreichen. Ihr habt die Sachen in so kurzer Zeit beschafft und dann auch noch in solch hoher Qualität, da werde ich die Bezahlung wohl noch etwas aufstocken müssen. Nichts anderes hätte die renommierte Ost-Alternath-Handelsgesellschaft verdient. Es ist uns eine Ehre, Geschäfte mit euch zu machen. Die Waren sind bereits auf der Insel und können jederzeit in euren Besitz übergehen. Allerdings ist die Fracht so groß, dass sie nur per Schiff transportiert werden kann. Gehe ich recht in der Annahme, dass eure Gesellschaft keines ihrer Schiffe in diese Gewässer schicken kann? Ja, die hinganische Administration hat diese Region fest im Blick. Wenn man herausfindet, dass wir mit der Konfrontation handeln, entzieht man uns womöglich die Konzession in Kugane. Dann sollten wir auf die Nordseite von Sakazukiweg ausweichen, auch wenn es ein kleiner Umweg ist. Dort sollten die Felsen uns vor unerwünschten Blicken schützen. Wunderbar. Ich werde nach Kugane zurückkehren und ein Schiff für die Überfahrt vorbereiten. Auf gute Zusammenarbeit. Den Ort der Übergabe hätten wir damit geklärt. Der Höllenspund liegt zwar abseits vom Auge der Regierung, wird aber auch von einigen wilden Tierarten bevölkert. Ich werde einen Stoßdruck zusammenstellen, der die nähere Umgebung vor etwaigen Gefahren säubert. Das kannst du getrost mir überlassen, Chef. Ich sorge dafür, dass euch auf der Insel niemand stört. Sehr schön. Zu Zume. Wärst du so nett, Hansaku dabei zu helfen? Zu Zume. Ich möchte, dass du Hansaku bei der Sicherung des Höllenspunds hilfst. Äh, wie? Äh, natürlich, Chef. Tut mir leid. Meine Verletzung vom Perlentaugen hatte mich kurz abgelenkt. Darf ich mich etwas aussuchen, bevor wir aufbrechen? Oh, äh, natürlich. Leg dich im Konfrontationshof auf Sakatsuki etwas hin. Ich werde einen unserer Männer hier bitten, für dich einzuspringen. Mach dir deshalb keine Sorgen. Danke. Das ist sehr nett. Wenn es recht ist, gehe ich schon mal vor. Wir sehen uns am Höllenspund. Irgendetwas stimmt tatsächlich nicht mit, so Zume. So ein verdrossenes Gesicht hat sie nicht mehr gemacht, seit sie der Konferration beigetreten ist. Damals hatte sie bei einem Überfall auf ihr Dorf gerade ihre Eltern verloren. Als wir sie fanden, stand sie kurz vorm Hungertod. Wenn die Warnübergabe gelaufen ist, muss ich mich mal in Ruhe mit ihr unterhalten. Begleite mich bitte zum Frachtschiff. Mit ihm werden wir zum Höllenspund übersetzen. Okay, das Frachtschiff ist gleich hier drüben. Es fehlt etwas. Danke für den Bericht, Matschrose. Ich kümmere mich um alles weitere. Alvip, da bist du ja. Es ist mir ein Rätsel, aber bei einer leichten letzten Überprüfung der Wahn hat sich herausgestellt, dass der Glutmuschelring das wohl wertvollste Stück der Lieferung fehlt. Irgendjemand muss ihn entwendet haben. Jetzt heißt es, den Täter zu finden. Könntest du bitte zu Zume für mich holen? Rufe sie einfach vor dem Konfrontationshaus, dann zeigt sie sich schon. Gib im Sagen-Chat-Modus, ja okay. Du bist auf der Suche nach Zuzume? Na, die ist schon vor einer Weile zum Höllenspund aufgebrochen. Eigentlich sollte ich Hansako ja helfen, aber sie wollte das unbedingt selbst übernehmen. Ich sag's dir. Zuzume und Hansako haben da bestimmt was am Laufen. Sonst hätten sie sich ganz sicher nicht mit diesem protzigen roten Muschelring rausgeputzt. Wenn die zurückkommen, kriegen sie erstmal was zu hören. Okay. Das müssen wir doch gleich mal, äh, Tsukikage berichten. So, Zumi ist doch zum Höllenspund aufgebrochen, sagst du? Unser Mann vor Ort glaubt, sie würde sich heimlich mit Hansako treffen, weil sie sich mit einem roten Muschelring herausgeputzt hat. Zuzume und Hansako nie im Leben. Und überhaupt roter Muschelring? Könnte das etwa der Glutmuschelring gewesen sein? Nein. Zuzume würde sich nie etwas nehmen, ohne vorher nach Erlaubnis zu fragen. Höchstens in äußerster Not. Ich werde noch einmal die Frachtpapiere überprüfen. Also. Entwendet wurde ein roter Muschelring gezeichnet. Kaisuri. Kaisuri? Das ist ja Zuzumes Nachname. Oh Mann. Das heißt doch wohl nicht etwa... Suzumes Eltern waren Muscheljuweliere. Eventuell stammt der Glutmuschelring von ihnen. Was bedeuten würde, dass die Halunken von neulich dieselben Räuber waren, die Suzumes Dorf überfallen haben. Und Suzume weiß, dass Hansako mal zu ihnen gehört hat. Verflucht. Will sie etwa Rache an ihm nehmen? Na, das können wir hoffentlich verhindern. Suzume hat vorgegeben, Hansako helfen zu wollen, aber womöglich möchte sie sich nur an ihm rächen. Eigentlich sind Kämpfe unter Mitgliedern der Konfederation tabu. Die meisten von uns haben ziemlich viel durchgemacht, aber wer beitreten will, muss schwören, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Doch Schwüre können gebrochen werden. Und Rache für die eigenen Eltern ist ein ziemlich überzeugender Grund. Wir müssen das Schlimmste verhindern, aber ich muss das Strachtschiff steuern. Und der Kahn ist leider viel zu lahm. Ich werde nicht rechtzeitig eingreifen können. Eil mir voraus, Erwipp. Finde Hansako und halte Suzume unter allen Umständen von ihren Racheplänen ab. So, da muss ich hin, da muss ich hin. Okay. Zurück, Erwipp. Oder du musst ebenfalls dran glauben. Niemand nimmt mir meine Rache. Ihr gehört jetzt beides, eure Vergangenheit liegt hinter euch. Das sagst du so leicht. Der Kerl und seine Komplizen haben meine Eltern auf dem Gewissen. Wenn ich sie nicht räche, werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Ich werde meinen Eltern im Jenseits nicht in die Augen blicken können. Unsere Prinzipien gelten für alle. Ausnahmslos. In der Konferenzion sind wir Brüder und Schwestern. Wer Hand an einen von uns legt, zahlt mit seinem Leben. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Sonst wäre ich wohl kaum hier. Also gut, wie du willst. Versuche es zurück. Aber erst nachdem unser Geschäft mit der Ost-Alternat-Handelsgesellschaft gelaufen ist. Wenn das nämlich platzt, ist das Ende der Konferenzion besiegelt. Oder willst du uns etwa alle ins Verderben reißen? Nein, natürlich nicht. Also gut, ich werde bis zum Ende der Übergabe warten. Wunderbar. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit ja auch etwas nützlich machen. Zu Tumehansaku. Sichert die Umgebung des Übergabeortes. Jawohl. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken zur Zunge. Bis zum Ende der Übergabe rührst du Hanzaku nicht an. Jawohl. Sturmflut und Orkan, das war knapp. Ein Glück, dass du rechtzeitig da warst. Ich werde zum Schiff zurückkehren und die Ladung bewachen. Kümmere du dich bitte ebenfalls um die Sicherung der Nordseite dieser Insel. Wenn du dort fertig bist, kann es vermutlich nicht schaden, einmal nach zur Zunge zu sehen. Sie hat mir zwar ihr Versprechen gegeben, aber in ihrer jetzigen Verfassung ist sie zu labil. Und der Ziellort ist weiter im Norden. Ah, da glänzert es ja schon. Hier scheint alles ruhig zu sein. Zieh nach zur Zunge. Die haben es ja ganz schön zu tun gehabt mit diesen Viechern. Erdbeam, ich wurde hinterrücks angegriffen. Wenn Hanzaku nicht gewesen wäre, diese Biester müssen noch in der Nähe sein. Pass auf! Natürlich passe ich auf. Sie haben immer noch in der Nähe sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein, das stimmt nicht. Ich hatte gar keine Zeit zum Nachdenken. So schnell ging alles. Mein Instinkt hat die Kontrolle übernommen, glaube ich. Naja, Hauptsache hätte ihr es nichts passiert. Was rede ich da? Ich würde Hansaku im... Als würde Hansaku im Voraus planen. Hör auf hier abzuwiegeln. Das war kein Lob. Du bist eine absolute Nullnummer, weißt du? Ich meine, wer rettet schon jemanden, der einen umbringen will? Ist doch total bescheuert. Denkst du eigentlich überhaupt jemals nach? Ja. Aber vielleicht denke ich auch einfach zu viel nach. Woran im Prinzip nichts auszusetzen ist, wenn du am Ende die richtigen Schlüsse ziehst. Hansaku, es tut mir leid. Ich war gefangen in der Vergangenheit. Danke für deine Hilfe gerade. Vielleicht habe ich ja Glück und die Konstellation gibt mir noch eine zweite Chance. Das will ich doch schwer hoffen. Ohne dich wären wir aufgeschmissen. Was meinst du, Tsukikage? Allem Anschein nach bin ich zwar sogar noch dümmer als Hansaku hier, aber darf ich vielleicht trotzdem in der Konfrontation bleiben? Ich hatte nie vor, dich rauszuwerfen, so Tsume. Wir sind eine große Familie, in der nicht interessiert, wo man herkommt oder was man bisher getan hat. Was zählt, ist das hier und jetzt? Ei. Sag mal, Chef, Kikimo müsste eigentlich jeden Moment hier eintreffen, oder? Macht sicher keinen guten Eindruck, wenn wir sie gleich beim ersten Mal versetzen. Die Familie geht vor. Selbst wenn unser Geschäft mit der Ost-Alternat-Handelsgesellschaft platzen sollte. Gemeinsam finden wir schon einen Weg aus der Misere. Redet ihr von unserem Geschäft? Die Waren waren am vereinbaren Ort. Aber niemand von euch. Einer der Matrosen sagte mir, ohne den Kapitän könne er die Übergabe nicht abwickeln. Also bin ich euch suchen gegangen. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ich bin untrüstlich, aber es gab da eine interne Angelegenheit, deren Klärung keinen Aufschub erlaubte. Wenigstens weiß ich jetzt, dass die Konfrontation Werte wie Zusammenhalt schätzt. Das stimmt mich zuversichtlich und bestärkt meinen Entschluss, eine langfristige Geschäftsbeziehung mit euch einzugehen. Und an deren Anfang steht hoffentlich die heutige Warenübergabe. Steht sie doch, oder? Selbstverständlich. Wir werden sofort mit der Verladung beginnen. Bewege deinen lahmen Hinternhandsaku. Wieder einmal hast du dich als unerlässliche Stütze erwiesen, Elbe. Hab vielen Dank. Sorgen muss ich mir vermutlich keine mehr machen. Aber trotzdem werde ich der Verladung beiwohnen und aufpassen, dass sich keine weiteren Zwischenfälle ereignen. Triff mich später in Halskehre, damit ich mich erkenntlich zeigen kann. Wo soll ich mich mit jetzt treffen? Ach, da hin. Okay. Ich glaube, da hinten bei dem Schuppen, oder? Nee, da oben wieder. Am Ende lief alles glimpflich. Wir konnten die konfiszierten Waren wie vereinbart veräußern und wurden auch für die zusätzlich bestellten Artikel großzügig entlohnt. Suzume und Hansaku haben Hand in Hand gearbeitet, als wäre nie etwas zwischen ihnen vorgefallen. Der Frieden in der Konfrontation wäre damit gewahrt. Das alles verdanken wir dir, Elbe. Die Konfrontation steht tief in deiner Schuld. Du bist jetzt eine von uns, meine Liebe. Egal, ob dir nach einer guten Geschichte oder einem guten Stopfen ist. Du bist uns jederzeit willkommen. Okay, dann hätten wir diese Nebenstory auch erledigt. Beim nächsten Mal gibt es dann eine Top-Quest. Und dann machen wir mit der Mainstory weiter. Bis dahin. Macht's gut!